Die Bundesregierung hat jetzt ja offiziell ihre China-Strategie vorgelegt. Sie will, dass unsere Wirtschaft ihr China-Risiko abbaut. Und es werden auch Milliarden an Investitionsgarantien schon nicht mehr bewilligt für China. Aber interessanterweise, nur wenige Tage später, was gibt da Volkswagen bekannt, unser Staatsautokonzern? Er gibt bekannt, dass er 700 Millionen Dollar in einen chinesischen Elektroautobauer investiert. Ausgerechnet der deutsche Autokonzern, wo 20% der Anteile dem Land Niedersachsen gehören, dass da auch eine Sperrminorität hat und zwei Sitze im Aufsichtsrat. Und wer regiert in Niedersachsen? Rot-Grün. Ist das nicht verrückt? Aber abgesehen davon, warum gibt Volkswagen so viel Geld aus? Für einen Mini-Anteil an einem kleinen, defizitären chinesischen Autohersteller. Und was sagt uns das alles? Bis gleich! Volkswagen hat letzte Woche Zahlen veröffentlicht und die haben die Marktteilnehmer enttäuscht. Und Volkswagen hat einen Zukauf in China bekannt gegeben. Und das hat die Marktteilnehmer sehr verwundert. Die Aktie ist gefallen und damit haben wir den gleichen traurigen Befund wie vor ein paar Monaten. Der DAX ist auf Rekord hoch. Die Aktien von den Konkurrenten, die sind auch zumindest in der Nähe von ihren langjährigen Höchstständen. Hier haben wir zum Beispiel die Aktie von BMW. Das ist der 5-Jahres-Chart. Der Chart ist von TradingView. Es läuft wieder ganz hervorragend da. Ähnlich bei Mercedes-Benz. Da waren die letzten Hochs immer so bei 75, 76 Euro. Da sind wir auch nur noch ganz knapp drunter. Nur Volkswagen, der größte Autobauer der Welt, der stolz der Nation, am Boden. Das ist die Vorzugsaktie, die letzte Rallye, die war in der Corona-Krise, so wie bei vielen Aktien. Das Hoch war Anfang 2021. Seitdem ist sie abgestürzt und hat sich fast halbiert und liegt in der Nähe von einem mehrjährigen Tief. Wenn das der Führer wüsste. Und das in einer Zeit, in der sich ja die Halbleiterknappheit zum Beispiel ja wieder entspannt hat. Und in der auch die Energiekosten und Rohstoffkosten wieder gefallen sind. Und das hat jetzt alles zwar den Vorteil, dass das KGV der Aktie jetzt nur noch so bei 4 liegt. Dass wir eine erwartete Dividendenrendite haben von über 7%. Im Prinzip sehr attraktiv alles. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich auch fragen, was stimmt nicht mit VW? Die Zahlen waren ja eigentlich gar nicht schlecht. Die Verkäufe sind im ersten Halbjahr um 13% gestiegen auf 4,4 Millionen Fahrzeuge. Der Umsatz ist um 18% gestiegen. Der operative Gewinn ohne Sondereffekte um 13% auf 13,9 Milliarden Euro. Also alles eigentlich ganz gut. Aber die Absatzprognose für das Gesamtjahr, die ist gesenkt worden. Dann macht man sich am Markt Sorgen vor allem über die Margen bei den Mittelklassewagen. Also VW, Seat und Skoda. Und man macht sich aber vor allem Sorgen über das China-Geschäft. Da liegt der Hund begraben. Und da ist der operative Gewinn auch plötzlich um 18% zurückgegangen. Das ist eine ernste Sache. Volkswagen verkauft ungefähr 40% von seinen Autos in China. Ich habe auf die Probleme von Volkswagen in China hier schon hingewiesen vor ein paar Monaten in einem Video. Und da ging es außerdem auch um die Geschichte von Volkswagen in China. Das ist auch ganz interessant. Haben Sie es gesehen? Ein Kanal-Abo kann sich lohnen. Und zum Abo geht es hier unten. Dann noch auf die Glocke drücken. Dann kriegen Sie auch noch angezeigt, was für neue Videos da sind und was für Themen, die dann jeweils haben. Jahre lang, wenn über den chinesischen Automarkt berichtet worden ist, da ging es nur darum, was unsere Autobauer da ein Heidengeld dort verdienen, da auf dem größten Automarkt der Welt in China. Und die chinesischen Autobauer, naja Gott, das waren Billigheimer, die waren nicht so ernst zu nehmen. Die sind vor allem aufgefallen durch dreiste Kopien von westlichen Modellen. Inzwischen hat sich das aber ziemlich geändert. Die chinesischen Hersteller drängen auf den Weltmarkt. China exportiert inzwischen mehr Autos als Deutschland. Und sie drängen auch auf den europäischen Markt. Und da bricht ja jetzt in den Medien zum Teil Panik aus. Viele sprechen auch schon von einer Invasion der chinesischen Hersteller. Und dass die auch innovativer sein und günstiger sein. Und das ist aber erstmal gar nicht das Problem. Also ob jetzt BYD, NIO, LINCO, Polestar und so weiter, ob die hier jetzt auch noch ein paar tausend Autos verkaufen oder nicht, das ist nicht das Thema. Das eigentliche Problem, speziell für Volkswagen, das ist natürlich der chinesische Markt. Hier die Marktanteile von den großen Herstellern. Blau ist Volkswagen. Sie waren jahrzehntelang in China da Marktführer. Unangefochten. Aber die letzten Jahre, da ist der Marktanteil eben deutlich zurückgegangen. Und im Frühjahr ist es dann passiert, BYD hat Volkswagen beim Absatz in China überholt. Die Grafik hier ist von Bloomberg, ist auch schon ein paar Monate alt. Inzwischen hat sich das sogar noch ausgeweitet. Und noch viel drastischer ist es aber bei den Elektroautos. Und das ist ja die Zukunft in China. Der Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Autos, der liegt da schon bei 35%. Und da ist Volkswagen aber wirklich nur noch unter ferner liefen. Das sieht man hier links. Die Grafik ist von der Financial Times. Meilenweit vorn ist BYD, fast 40% Marktanteil. Tesla 11% auch sehr ordentlich. GAC mit dem ION oder Cyc General Motors, die sind auch sehr gut mit dabei. Aber Volkswagen hat nur noch 2% Marktanteil. Und dann aber auch noch die Zuwachsraten. Das ist hier rechts BYD, ION und Chang'an. Die haben ein Absatzwachstum gehabt, teilweise von 80% und mehr. ION, Geely, Neon, Tesla, auch alle gut gewachsen. Aber bei Volkswagen, da ist der Absatz gegen den Markttrend geschrumpft. Das ist ein Desaster. Und woran liegt es? Es liegt nicht daran, dass Volkswagen jetzt da zu teuer ist. Das ist ein weitverbreiteter Irrtum. Sondern es liegt daran, dass die Elektroautos von Volkswagen die chinesischen Kunden einfach nicht großartig interessieren. Die Konkurrenz ist ja zum Teil auch hochpreisig. Und die Chinesen geben dafür auch gern Geld aus. Aber dafür wollen sie auch Technik und Software und Konnektivität auf dem allerneuesten Stand. Die sind technologieaffin. Und da ist es aber leider inzwischen Konsens, dass die chinesischen Anbieter da klar vorn liegen inzwischen. Und da speziell VW stark hinterherhängt. Die Financial Times, die zitiert da jemanden, der war früher bei Volkswagen, der hat jetzt eine Beratungsgesellschaft in Shanghai und er will namentlich nicht genannt werden. Und der hat dann eben gesagt, Volkswagen kann natürlich nette Autos bauen mit einer Batterie drin. Aber der Rückstand bei der Software, das sei fast schon peinlich. Ungefähr so, wie wenn man vor 10 Jahren ein altes Nokia-Handy neben ein iPhone gelegt hätte. Und das sind natürlich schon ziemlich harte Worte. Was tut Volkswagen dagegen? Sie investieren massiv in China. Sie investieren in ein neues Entwicklungszentrum. Sie haben investiert in Horizon Robotics. Das ist ein chinesischer Halbleiter- und KI-Konzern. Und jetzt eben auch der Einstieg bei Xpeng. Das ist, was viele verstört hat auch. Xpeng, geschrieben Xpeng, das ist einer von diesen neun jungen Elektroautobauern aus China, ist noch keine zehn Jahre alt, mit einem Absatz, der schon stark wächst. Aber sie haben im ersten Quartal trotzdem erst 18.200 Autos verkauft. Das sind 0,9% vom Absatz von Volkswagen. Und sie haben damit einen Verlust gemacht von 340 Millionen Dollar. Das sind 18.651 Dollar Verlust pro Auto. Und dafür zahlt Volkswagen aber 700 Millionen Dollar oder umgerechnet 630 Millionen Euro für einen Anteil von nur 5%. Und hier haben wir die Aktie von Xpeng. Das Listing in New York war 2020. Sie sind genauso wie die anderen neuen chinesischen Elektroauto-Aktien. Sie sind erst mal stark hochgeschossen und sind dann aber eingebrochen. Nur jetzt, die letzten Wochen, haben wir eben plötzlich wieder eine starke Erholung gehabt. Und dann durch den Einstieg von VW, dadurch gab es jetzt natürlich auch noch mal einen Extrakurssprung von fast 40%. Und dadurch haben sie jetzt auch einen Börsenwert wieder von 17 Milliarden Dollar. Und Volkswagen sagt, damit stärken wir jetzt unsere strategische Position in China. Ist Xpeng was Besonderes? Hier ist zum Beispiel das neue Modell von denen, der G6, ein solider Elektro-SUV, Preis ab 32.000 Dollar, ist auch attraktiv. Aber auf der anderen Seite, solche Autos gibt es in China en masse inzwischen. Und darum würde ich sagen, nein, Xpeng ist eigentlich nichts Besonderes, nach allem, was wir wissen im Moment. Sie sind auch nicht großartig anders als andere von diesen Elektroautobauern, so wie Nio, Li-Auto, Polestar, etc. Aber, und das ist das Frappierende, sie sind eben anscheinend immer noch besser als Volkswagen. Und es ist ja nicht so, dass Volkswagen sich damit jetzt nochmal einen ganz neuen Markt zusätzlich erschließen würde, sondern das Ziel ist eine Kooperation. Man entwickelt zusammen mit Xpeng jetzt zwei Mittelklasse-Autos, die sollen auf den Markt kommen 2026, und zwar unter der Marke VW. Und die Software und das Fahrassistenzsystem, das soll aber kommen von Xpeng. Und da muss man sagen, das klingt schon ein bisschen nach Verzweiflungstat, das klingt danach, dass man bei Volkswagen selber nicht mal glaubt, dass man attraktive Elektroautos bauen kann, ohne chinesische Technik, auf absehbare Zeit. Und das ist natürlich irgendwie ein Armutszeugnis, und das wird in China auch so gesehen. Und das ist für das Image von Volkswagen jetzt natürlich erst recht schlecht. Wie stehen in so einer Lage die Chancen, dass Volkswagen da wieder auf die Marktanteile von früher kommt? Ich sehe da ehrlich gesagt ziemlich schwarz. Ich denke schon, dass Volkswagen das Problem erkannt hat jetzt, dass sie auch gegensteuern können, bis zu einem gewissen Grade. Aber die Rückkehr wirklich zur alten Marktposition ist für mich schwer vorstellbar inzwischen. Das Wettbewerbsumfeld in China, das hat sich drastisch verändert. Wir haben nur in China fast 100 Elektroautobauer, und ein paar von denen sind eben auch wirklich stark inzwischen. Und auch davor habe ich gewarnt, hier und zwar schon vor mehr als zwei Jahren, hier auch in einem Video, fast alle von den Elektroautoaktien, die damals gehypt worden sind, die stehen jetzt tatsächlich deutlich tiefer. Die große Ausnahme ist BYD. Ich habe BYD zwar auch für ein gutes Unternehmen gehalten, schon immer. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie derart gut sind und dass sie derart stark wachsen. Aber was die Newcomer betrifft, hier haben wir zum Beispiel NIO, Seiten-IPO, die hat es dann schwer erwischt in der Zeit danach. Aber jetzt drehen sie eben wieder nach oben. Hier ist auch nochmal der 6-Monats-Schaden, starker Anstieg die letzten Monate von einem niedrigen Niveau aus. Und das, obwohl China-Aktien an sich ja gefallen sind in der gleichen Zeit. Und wenn man jetzt kurzfristig agiert als Anleger, dann ist natürlich völlig klar, NIO, Expand, Li-Auto, das sind die Aktien, die man jetzt erstmal haben muss. Aber Vorsicht, es wird ein Hauen und Stechen geben. Gerade die Hersteller sind ja hochdefizitär oder haben nur minimale Gewinne. Das heißt, die müssen skalieren, die müssen jetzt Volumen auch raushauen um jeden Preis. Und das heißt wiederum, es wird auch Überkapazitäten geben, es wird einen harten Preiskampf geben, der sich in China auch schon abzeichnet übrigens. Und langfristig wird da auch nicht jeder Elektroautobauer überleben, von denen, die wir da gerade haben. Und die Volkswagen-Aktie? Ich sehe sie jetzt nicht völlig negativ. Sie liegt ja schon am Boden. Ein guter Teil von der Krise ist mit Sicherheit eingepreist. Und man muss ja auch nicht alles überdramatisieren. Jetzt Volkswagen verdient immer noch viel Geld. Und allein der Anteil an der Porsche AG, der ist mehr wert als der gesamte Konzern an der Börse. Das ist auch bekannt. Und das heißt, alle übrigen Marken kriegt man gratis und man kriegt außerdem noch eine Netto-Liquidität von 33,6 Milliarden Euro. Auch noch umsonst dazu. Ein echtes Schnäppchen. Aber trotzdem, die meisten Anleger werden erst dann wieder kaufen, wenn sie das Gefühl haben, Volkswagen reißt eben auch das Ruder wieder rum. Die Aktie wird von vielen Anlegern ganz scharf beobachtet, da bin ich mal sehr sicher. Und es ist ja auch eine spannende Geschichte. Nicht nur, wenn man Anleger ist, sondern es ist auch spannend für unsere Wirtschaft, weil an so einem Riesenkonzern wie Volkswagen, da hängt natürlich vieles andere auch noch mit dran. Und es gibt übrigens noch eine Sensationsmeldung im Elektroautosektor. Tesla gibt zum ersten Mal in der Firmengeschichte Geld aus für klassische Werbung. Die haben es ja wirklich geschafft, dass sie einen Konzern hochgezogen haben mit einem Jahresumsatz von 81 Milliarden Dollar ohne einen Cent für klassische Werbung bis jetzt. Es ist fast alles nur der Hype um Elon Musk. Und da hätten wir ja auch schon die Lösung für Volkswagen. Die brauchen jetzt eben einfach auch so eine Gallionsfigur und jetzt nichts gegen Oliver Blume. Aber man braucht schon jemanden, der wahnsinnig bekannt ist und der auch polarisiert und der einfach auch kontrovers ist. Wie wäre es mit Gazprom, Gerd? Gerhard Schröder, der Altkanzler. Er hat jetzt wieder viel Zeit. Er hat auch eine asiatische Frau, zumindest im Moment großer Vorteil auf dem asiatischen Markt. Und sobald Gerhard Schröder den Mund aufmacht, da stürzen sich auch alle drauf. Und außerdem ist er ja Volkswagen nah. Er war da schon mal im Aufsichtsrat auch. Und vor zwei Jahren hat er sich auch stark gemacht für die Currywurst in der Volkswagen-Kantine. Was man nur damit schon alles machen könnte und bewegen könnte. Man muss ja nicht zwingend immer Autos verkaufen, wenn man keine guten Autos mehr hinkriegt. Es gibt in China 1,4 Milliarden Leute und von denen haben garantiert die meisten noch nie eine Currywurst probiert. Man muss sich eben auch mal auf das konzentrieren, was man kann. Ist jetzt nur ein Vorschlag von mir, ich würde da Potenzial sehen, auch für die Aktionäre. Und eine andere mögliche Werbeikone, das wäre natürlich der richtige Gründer, aber der ist zu kontrovers. Wie auch immer, es bleibt spannend im globalen Autosektor. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie das mit mir hier weiter verfolgen. Und ich freue mich, wie gesagt, natürlich auch über jeden, der mich unterstützt und der meinen Kanal abonniert. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.